Liebe Studierende, willkommen zum vierten Video zur Vorlesung Allgemeines Verwaltungsrecht. Heutiges Thema ist das subjektiv öffentliche Recht. Darunter versteht man die dem einzelnen kraftöffentlichen Rechtsverliehene Rechtsmacht, vom Staat ein bestimmtes Verhalten verlangen zu können. Vereinfacht ausgedrückt, es geht darum, wann der Einzelne einen Anspruch auf ein bestimmtes hoheitliches Tun oder Unterlassen besitzt. Das aktive Tun kann, wie für privatrechtliche Ansprüche typisch, in der Gewährung einer Begünstigung bestehen, beispielsweise der Bewilligung oder Auszahlung von BAföG. Gerade im öffentlichen Recht kann das begehrte Handeln aber auch die Aufhebung einer Belastung etwa einer Gewerbeuntersagung sein. Ein Unterlassungsanspruch wiederum ist auf die Verhinderung einer Belastung gerichtet, beispielsweise auf die Verhinderung der umsatzschädigenden Behauptung, der von dem betroffenen Winzer hergestellte Wein sei mit Glykol versetzt. Über diese Unterscheidungen hinaus lassen sich subjektiv öffentliche Rechte auch in vielerlei weiterer Hinsicht klassifizieren und systematisieren. Dazu mehr in der Vorlesung. Die Rede vom subjektiv öffentlichen Recht impliziert, dass zwischen individuellen Rechtspositionen und rein objektivem Recht unterschieden werden muss. Alle Rechtssätze sind zunächst einmal Teil der objektiven Rechtsordnung. Wegen ihrer Gesetzesbindung aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz ist die Verwaltung zur umfassenden Befolgung des Rechts verpflichtet. Allerdings korrespondiert nur mit einem Teil dieser Rechtssätze auch ein subjektiv rechtlicher Anspruch des Bürgers. Dementsprechend muss man bei der Überprüfung von Verwaltungshandeln zwischen bloßer objektiver Rechtswidrigkeit und der Verletzung eines Rechtsbetroffenen in einem subjektiv öffentlichen Recht unterscheiden. Woran sieht man nun, ob eine Norm vorliegt, deren Nichtbeachtung nicht nur eine objektive Rechtswidrigkeit, sondern zugleich auch die Verletzung in einem subjektiv öffentlichen Recht bedeutet? Im Rechtsvergleich erkennt das deutsche Verwaltungsrecht individuelle Rechte nur recht restriktiv an. Nach der sogenannten Schutznormtheorie kommt es auf den Schutzzweck der einschlägigen Norm an. Sie gewährt dem Betroffenen, etwa einem Kläger, nur dann ein subjektiv öffentliches Recht, wenn die Norm nicht nur den Interessen der Allgemeinheit oder sonstigen Dritten, sondern zumindest auch den Interessen des Betroffenen zu dienen bestimmt ist. Dass der Kläger oder die Klägerin bloß tatsächlich reflexhaft von einer Norm profitiert, genügt nicht. Sein oder ihr Schutz muss von der Norm gerade bezweckt sein? Ob dies der Fall ist, muss jeweils durch Auslegung ermittelt werden. Dafür gibt es gewisse Leitlinien und Fallgruppen, mit denen wir uns in der Vorlesung näher beschäftigen werden. An dieser Stelle sei zunächst nur eines hervorgehoben. Die genannte Definition des subjektiv öffentlichen Rechts macht deutlich, dass sich dahinter zwei Fragen verbergen. Soll die Norm überhaupt einzelne oder nur die Allgemeinheit schützen? Und wenn in diesem Sinne Individualrechtsschutz bezweckt wird, gehört der Betroffene zum geschützten Personenkreis oder werden nur andere geschützt? So dient beispielsweise der Schutz seltener Tier- und Pflanzenarten nach den einschlägigen Vorschriften des Artenschutzrechtes von vornherein ersichtlich nur Allgemeininteressen. Dass sich Naturfreunde dadurch des Anblicks solcher Arten erfreuen können, ist ein bloßer Rechtsreflex. Dagegen dienen die Vorschriften der Hamburger Bauordnung, wonach eine Baugenehmigung nur erteilt werden darf, wenn Brandschutz und Standsicherheit gewährleistet sind, gerade auch dem Schutz der gegebenenfalls gefährdeten Nachbarn. Nicht allerdings weiter entfernt wohnen da Dritter, die gar nicht betroffen wären. Warum tut man sich im öffentlichen Recht so schwer mit der Abgrenzung zwischen subjektivem und bloß objektivem Recht? Im Privatrecht spricht man doch ganz unbefangen von Ansprüchen und damit von subjektiven privaten Rechten, ohne dass sich dort größere Abgrenzungsprobleme zu stellen scheinen. Ein Grund für die größeren Schwierigkeiten mit subjektiven Rechten im öffentlichen Recht liegt darin, dass hier weiter gefächerte Interessen und Rechtsbeziehungen involviert sind. Während erstens im Privatrecht zweiseitige vertragliche oder deliktische Konstellationen vorherrschen, finden sich im öffentlichen Recht häufiger komplexe mehrseitige Rechtsverhältnisse. Dort stehen sich nicht nur Staat und Bürger gegenüber, sondern es sind auch unterschiedliche Private involviert. Etwa Eigentümer und Nachbarn bei der Baugenehmigung oder verschiedene Unternehmen in wirtschaftlichen Konkurrenzverhältnissen. Mehr zu solchen Problemkonstellationen in der Vorlesung und weitere Teils dann in den Veranstaltungen im zweiten Studienjahr zum öffentlichen Baurecht und zum Umweltrecht. Zweitens spielen rein öffentliche Interessen im Verwaltungsrecht eine weit größere Rolle als im privatrechtlichen Schuldrecht oder Deliktsrecht, wo der Interessenausgleich zwischen Privaten im Vordergrund steht. Vor diesem Hintergrund folgt das deutsche Verwaltungsrecht dem Grundsatz, dass nur bei der Verletzung subjektiv öffentlicher Rechte Rechtsschutz gewährt wird. Dies ist bereits in Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes angelegt, wenngleich nicht erzwungen. Aber warum diese Beschränkung auf den Individualrechtsschutz? Mit der Konzentration des Rechtsschutzes auf die Durchsetzung subjektiv öffentlicher Rechte will man vor allem sogenannte Popularklagen ausschließen. Dies soll im Interesse größerer Effizienz der Gerichtsbarkeit den Rechtsschutz auf tatsächliche Konflikte fokussieren. Nicht zuletzt sollen querulatorische Rechtsbehelfe im nur vermeintlichen Interesse Dritter oder der Allgemeinheit ausgeschlossen werden. So werden die Gerichte entlastet und erhalten die Möglichkeit, die verbleibenden Rechtsschutzbegehren intensiver nachzuprüfen. Dies verbreist nebenbei bemerkt auf die Frage, wie umfassend Gerichte Verwaltungsentscheidungen inhaltlich kontrollieren können. Hierzu später mehr in der Vorlesung. Ein solch enges, ganz auf Individualrechtsschutz setzendes Rechtsschutzkonzept hat aber auch Nachteile. Wenn Allgemeininteressen nicht eingeklagt werden können, nimmt die Verwaltung die entsprechenden Vorschriften vielleicht nicht immer hinreichend ernst. Dies zeigte sich früher beispielsweise beim Achtenschutz und beim Naturschutz. Selbst wo subjektiv öffentliche Rechte existieren, kann für die geschützten Einzelnen das Prozessrisiko so hoch sein, dass sie auf die Durchsetzung verzichten. Dann auch zu Lasten der ebenfalls betroffenen Allgemeininteressen. Wegen dieser Defizite, um also das objektive Recht effektiver durchzusetzen, ermöglicht das Europarecht über den Individualrechtsschutz hinaus in weitem Umfang sogenannte Verbandsklagen. Denken Sie etwa an die vielen Klagen der Deutschen Umwelthilfe, um in Innenstädten wegen massiver Überschreitung von Stickoxidgrenzwerten Fahrverbote zu erzwingen. Mit dem zugrunde liegenden Umweltrechtsbehelfsgesetz werden Sie sich in der Vorlesung zum Umweltrecht in einem Jahr näher beschäftigen. Soviel zur Frage, was ein subjektiv öffentliches Recht ist und weshalb die Abgrenzung zum objektiven Recht so wichtig ist. Aus welchen Normen kann sich aber nun ein solches subjektiv öffentliches Recht ergeben? Die Schutznormtheorie setzt am einfachen Recht an. Nur scheinbar lässt sich stattdessen pauschal auf Grundrechte verweisen. Gewiss sind Grundrechte schon wegen Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz ausnahmslos subjektiv öffentliche Rechte. Dabei gewährleistet die allgemeine Handlungsfreiheit als Auffanggrundrecht umfassenden lückenlosen Grundrechtsschutz. Hier knüpft die sogenannte Adressatentheorie an. Der Adressat eines belastenden Verwaltungsakts besitzt immer ein subjektiv öffentliches Recht, da er jedenfalls in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit betroffen ist. Man muss sich allerdings die Grenzen dieses Ansatzes bewusst machen. Er passt nur unter drei Voraussetzungen. Erstens nur für die Abwehrfunktion der Grundrechte und deshalb eben nur für die Anfechtungsklage. Da versagt die Adressatentheorie, wenn es nicht um die Abwehr einer Belastung, sondern um eine begehrte Begünstigung, etwa die Gewährung einer Subvention geht. Denn insoweit kommen Grundrechte allenfalls in ihrer Leistungs- oder Teilhabefunktion in Betracht, deren Umfang einer näheren Begründung bedarf. Zweitens ist ein Grundrechtseingriff nur bei Rechtsakten mit Befehl und Zwang offensichtlich. Also bei einem belastenden Verwaltungsakt, nicht aber bei anderen Handlungsformen der Verwaltung. Und schließlich drittens ist die Theorie mit ihrem Rekurs auf den Adressaten allein auf das zweiseitige Staat-Bürger-Verhältnis zugeschnitten. Wo dagegen Nachbarn oder Wettbewerber als Drittbetroffene klagen, scheitert dieser Begründungsansatz daran, dass ein mindestens dreiseitiges Rechtsverhältnis Staat-Adressat-Dritter vorliegt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich der Nachbar durch eine dem Bauherrn erteilte Baugenehmigung belastet fühlt. Resümierend, man kann nur unter den genannten drei kumulativen Voraussetzungen ein subjektiv öffentliches Recht allein mit der Erwägung begründen, der Kläger sei in Grundrechten, hilfsweise zumindest in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, betroffen. An diesen Überlegungen erkennen Sie wieder einmal, wie sehr das allgemeine Verwaltungsrecht auf verfassungsrechtlichen Fundamenten ruht. Nutzen Sie gegebenenfalls die Chance, sich noch einmal die verschiedenen Grundrechtsfunktionen und deren Problematik sowie die Voraussetzungen für einen Grundrechtseingriff zu vergegenwärtigen. Wenn die Adressatentheorie nicht anwendbar ist, müssen Sie sich anhand der Schutznormtheorie mit der Auslegung des einfachen Rechts auseinandersetzen. Ob ein subjektiv öffentliches Recht besteht, ist zunächst einmal ein Problem des materiellen Rechts. Nicht anders als im Privatrecht die Frage nach einem Anspruch. Das subjektiv öffentliche Recht hat aber zugleich eine prozessuale Seite. Dort wird es regelmäßig im Fallaufbau relevant. Etwa wenn nach Zulässigkeit und Begründetheit einer verwaltungsgerichtlichen Klage gefragt ist. Bekanntlich folgt das deutsche Verwaltungsprozessrecht dem Grundsatz des Individualrechtsschutzes. Die meisten verwaltungsrechtlichen Klagen sind deshalb nur zulässig, wenn der Kläger oder die Klägerin Klage befugt ist. Für die Anfechtungs- und Verpflichtungsklage ergibt sich dies aus § 42 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung. Demnach muss der Kläger oder die Klägerin geltend machen können, in einem subjektiv öffentlichen Recht verletzt zu sein. Dies wird als Möglichkeit einer solchen Rechtsverletzung verstanden. Eine ähnliche Zulässigkeitsvoraussetzung kennen Sie aus dem Verfassungsprozessrecht, besonders von der Verfassungsbeschwerde. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich diese Parallele in Erinnerung zu rufen. Damit die Klage begründet ist, bedarf es so dann im Regelfall einer tatsächlichen Verletzung in einem subjektiv öffentlichen Recht. Dies ergibt sich für die Anfechtungsklage aus § 113 Absatz 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung. Für die Verpflichtungsklage folgt es aus § 113 Absatz 5 Satz 1 VWGO. Vergleichbar hat die Verfassungsbeschwerde nur Erfolg, wenn der Beschwerdeführer tatsächlich in einem Grundrecht verletzt ist. Ob der Kläger oder die Klägerin im konkreten Fall ein subjektiv öffentliches Recht besitzt, kann somit wahlweise an zwei verschiedenen Stellen erörtert werden. Wenn Sie dies bereits bei der Klagebefugnis in der Zulässigkeit tun und sich nur für die Frage der Verletzung dieses subjektiv öffentlichen Rechts auf die Möglichkeit beschränken, dann können Sie am Ende bei der tatsächlichen Rechtsverletzung darauf zurückverweisen. Wenn Sie sich dagegen vorab bei der Klagebefugnis auf die bloße Darlegung beschränken, dass das Bestehen eines subjektiv öffentlichen Rechtes im konkreten Fall möglich sei und nicht von vornherein ausgeschlossen ist, dann müssen Sie die endgültige vollständige Prüfung bei der tatsächlichen Rechtsverletzung am Ende der Begründetheitsprüfung vornehmen. Näheres dazu in der Vorlesung und mehr noch in den Kleingruppen. Lassen Sie mich zusammenfassen. Das subjektiv öffentliche Recht bezeichnet im Verwaltungsrecht die Rechtsmacht des Einzelnen, von der Verwaltung ein bestimmtes Tun oder Unterlassen verlangen und gegebenenfalls mit einer verwaltungsgerichtliche Klage durchsetzen zu können. Dazu müssen Rechtssätze, die nur objektive Verpflichtungen der Verwaltung im Allgemeininteresse enthalten, von solchen abgegrenzt werden, die bestimmten Einzelnen einen individuellen Anspruch auf Durchsetzung gewähren. Maßgeblich ist der Schutzzweck der jeweiligen Norm, Stichwort Schutznormtheorie. Hinter dieser Fokussierung auf subjektiv öffentliche Rechte verbirgt sich das traditionelle deutsche System eines Individualrechtsschutzes. Mit der Adressatentheorie lässt sich ein subjektiv öffentliches Recht nur für den Adressaten eines belastenden Verwaltungsakts herleiten. Zu prüfen ist all dies entweder schon bei der Klage Befugnis, wo zunächst nach der bloßen Möglichkeit einer Rechtsverletzung gefragt wird, oder spätestens am Ende der Begründetheitsprüfung, wo die tatsächliche Verletzung des Klägers oder der Klägerin in einem subjektiv öffentlichen Recht festgestellt werden muss. Vertiefendes und viele Problemfälle erwarten Sie wie immer in der Vorlesung. Ich freue mich, Sie dort zu sehen.